Butter bei den Fischen, das war die Anwalt. Oh ja, jetzt noch an. So, Butter bei den Fischen. Er rät noch mit seinem Feuerzeug rum. Ich lauf mit meinem Feuer herum, das ist super. Scheiße. Superspitzen, genial ist das. Oh, mach ab hier, du babbo, Alter. Ich haue hier die Klatze weg, oh ey, du. Hey, du musst nur beibringen, ey. Das geht so nicht. Oh, ich bin tot. Ach komm, nee, bitte nicht. Ey, was für ein Scheiß anfangen. Ey, zurückspulen, cut. In der Nacht können wir jetzt schlafen, endlich. Oh, du warst null Tage, immer noch null Tage überlebt. Oh, geil. So, was ist heute unsere Aufgabe? Was wollen wir heute alles erledigen? Alles mögliche. Ausfällig stellen. Ausfällig stellen. Scheiße, ich kann hier nicht. Ach so, kacke. Geht das so, dass die Lager oder so ist, die wir bauen können, meine Bezahl ist voll. Ja, habe ich doch schon längst hier fertig, sowas wie, äh, irgendwas, wir haben nur das Feuerzeug. Sowas wie, äh, äh, Stöckerlager habe ich schon gebaut. Ich baue, ich bin jetzt gerade dabei, ein Holzlager zu bauen, hier. Doch nicht. Wenn es nicht will. Ah, okay, damit können wir auch schlagen. Alles klar. Da kommt jetzt das Holzlager hin. Und auch nicht. Jawohl. Ach so, kämpft der Viertel in der Richtung. Nein! Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der nächste Tod oder was? Schön was am Essen und so, um trinken und dann gleich jetzt gestorben. Oh mein Gott. Wow. Dann verrick halt. Ich warte hier auf dich. Ich bin im Jenseits. Was, du? Ach, das ist das Ding abgeschaltet. Weißt du, bist im Jenseits, das glaube ich dir nicht. Alter, ich habe gar nichts mehr. Komm her, mein Schatz. Hier, ich schatte dich. Das fällt in deine Richtung. Ich staufe erst mal unten drunter. Bist du im Lager gespawnt? Nee, ne? Nein, wir sind im Klavniere noch. Oh, um so weit Ladschnitt. Alter, zwei Schnitte und ist der Kopf vorab, Alter. Wo ist meine Axt und so? Ist die jetzt ach, da war eine Leife. Ja, bei deiner Leife. Hat er jetzt beim Lager gespawnt? Nee. Also ich nicht. Alter. Irgendwas hat mich hier gerade wie Kriegs durchgegessen. Ich kann gar nicht laufen, kann Energie, kann eine Nahrung. Bist du beim Flugzeug gespawnt, oder? Interessant. Wow. Alles klar, wir sind jetzt mal runter, das ist leider. Alter, guck dir das mal an, hier was hier ist. Ja, Moinsen. Ja, was ist denn da schon? Alter, was ist denn hier los? Kevin, komm mal her, guck dir das Lager mal hier an. Wo bist du denn? Hier, hier links hinter dir, hinter dir. Guck dir das mal hier. Ach du Kacke. Was für Freaks sind? Alles kaputt machen hier. Das sind die kaputt, ne? Aber die hier. Na ja, jetzt habe ich erst mal hier Giveaways mit, ey. Ja, ich bringe einen Schädel mit. Ja, ich hab jetzt aber auch nichts wirklich zu essen, hier in der Dings. Wie gesagt. Was, wie gesagt. Ach doch hier. Hä? Hallo. Was willst du da jetzt hinbauen? Mich, was? Meist du das große da auf dem Wasser? Ja. Ja, das ist ein Floss. Du musst dir Beeren nehmen. Die liegen hier auf dem Boden oder so ein Sträucher oder. Also ich habe so nichts zu essen. Wie weit wurde so ein, hier, hier ist mein Stückchen noch. Was ist das, dass ich irgendwelche Früchte? Das ist Baumlager. Da kannst du Baumstimme reinklatschen. Daran hat ja keiner gedacht bis jetzt hier. Ich habe schon so viele Leber hier aufgelegt jetzt. Das Problem ist, wir brauchen eigentlich auch Nahrung. Ja, ich habe also noch habe ich... Ja. Vorerst. Bist du hier auch bei mir gestorben, Herr Winklut? Oder was ich stehe? Ja, da, wo man tot, dass man tot und guckt. Ich habe ja schon richtig hier die Rücken abgerissen. Er hat es ein bisschen zerquetschen lassen. Ja, ein bisschen. Ja. Guck mal, wie viele Bäume hier sind. Warum räumen wir die hier erstmal nicht ein? Ja, dann räumen sie doch ein. Die... Hier sind wir auch witzig. Erfällt hier ein Baum nacheinander und gleich haben wir keine Bäume mehr. Weil die brauchen so ein paar. Ja, die brauchen aber... Hier ist ein riesengroßer Wald. Ja, aber da sind echt viele Bäume. Hier liegen noch viele Bäume. Die können wir erstmal nehmen. Ey, das ist doch eh nur... Das ist doch eh nur gerade mal die erste. Nein. Die erste. Die steht einfach um hier mit seinem Bein, Alter. Was hast du vor? Was essen wir, Alter? Lecker Bein. Warum hat sich erst mal fünfmal gedreht? Wer liegt denn da jetzt schon wieder rum? Wenn man ein Baum fällt, warum fällt ihr Bäume? Da liegen mindestens noch zehn Stück da hinten. Ja, natürlich. Und sagt noch nicht mal, dass ein Baum fällt. Warum hättest du es denn? Warum musst du denn auch schon wieder drunter laufen? So. Du bist schon wieder vergestorben, oder was? Ey, ich bin mit. Ich bin mit. Ich komme drauf. Alter. Ich habe den Laptop kaputt gemacht. Da war eine Platine drin. Sag mal. Jungs, guck mal hier. Komm mal her hier mit deinem Beinchen. Ja, hier kannst du Feuer anmachen. Hier, Zündel, Zündel und so. Ich brauche mal hier ein bisschen rein. Dann leg dein Bein mal da drauf. Und dann kannst du später essen. Ihr werdet voll die zum Karnevalien werdet ihr. Ah ja, was? Wer will denn hier auf See rausfahren? Und natürlich ich. Ich habe da. Chill, wir brauchen die. 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 Die brauchen wir. Hörst du mal auf? Ja, das Ding ist fertig. Oh, jetzt haben wir es. Oh, wir brauchen wir hier für. Das war hier. Jawohl. Ah, Gespräch. Alter, hier, ich habe einen giveaway. Kevin. Was ist das denn? Was ist das? Hier, ich habe einen giveaway. Deswegen, wir, ja. Hier. Habe ich das weggenommen? Was ist das? Das ist so ein Mensch. Alter, was wird sie schon so? Ich will dir das nicht geben. John, gib den Panzer her. Du hast den Panzer nämlich. Alter, ein Kopf, ey. Alter. Jetzt brauchen wir noch ein paar Stecker. Die Stecker sind da drin. Aumini mit dem Kopf, du, du. So hat Power, du. Und jetzt wird da Wasser reingeschmüllt. Kommt, da wird da Wasser reingekommen. Wieso ist das Haus fertig? Nee, glaube ich nicht, oder? Doch, ist fertig. Ja, das Haus ist fertig. Ja, ich meine, das kann man schön als abhau. Funktionen. Ich habe es schick. Die passen wir alle drauf. Und wenn wir da dann alle drauf sind, dann können wir da schön easy-vizi auch schön reisen. Ich habe es schick, Rückenkopf in der Hand. Lecker. Kannst du mal auf den Griff schreiten? Kannst du das essen? Ah, lol. Wo ist unser Lagerfeier? Wer hat das weg gemacht? Alter, sind schaust Kackvogel. Ähm, ja, wir sollten vielleicht mal ein größeres Lagerfeuer bauen. Ja, was ist mache ich jetzt? Ich mache Lagerfeuer. War doch hier vorne. Das hat bestimmt Kevin Kapp gemacht, ey. Mach ich mal wieder, oder was? Ja, du hast von deinem Weichchen hier gebraten. Sollten wir ein Leichtfeuer bauen? Ich glaube schon. Äh, Leichtfeuer muss man bauen. Was willst du mit einem Leichtfeuer? Ja, sicher. Baust gleich auf der Fonds auf. Das fängt an zu brennen. Ey, damit kannst du nichts brennen. Da kannst du nichts brennen. Ja, ist ja gut jetzt. Das ist ein Vogel. Guck, guck, Mann. Diese Lagerfeuer wird für ewig halten. Alter. Ja, wie du auch. Stücke. Und Stöckis. Du warst auf dem Weg, Alter. Ohne Scheiße, hier ist eine Kassette. Ja, ich habe ein Foto. 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 Oh, leger. Oh, leger. Da gab es einen Rockman auf dem Schiff. Was? Ja, ein Vogel. Warum habe ich das denn nicht? Alter. Ja, du musst die Federn einsammeln. Die sind später wichtig. Was habe ich noch? Ach, hier habe ich wieder. Hohes kleines Fleisch. Fällt dir die Musik auch? Nein. Nee, wir müssen uns hier selber... Wir müssen uns hier selber einfach... Ihr hört die nicht? Nee. Ich stehe neben dir. Hörst du die nicht? Nein. Das war's. Ja. Naja, was du alles brauchen kannst. Druckflaschen habe ich auch schon dabei, großer Stahl. Hier die zwei Dinger sind fertig da auch. Wir sollen die Nacht währenddorher schlafen, damit wir endlich hier... Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, wahrscheinlich. Na los, klafen wir mal ne Runde. Ja, Moinsen. Wer hat da Zeitung hingelegt? Wer schläft mit wem? Also ich schlaf da drin. Wir müssen alle schlafen. Oh Gott, ich schlaf mit dir. Ihr müsst ja abdingsen. Wir müssen alle ab, 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 abschlafen. Alle müssen schlafen, schlafen, schlafen mit zwei. Ja, wir müssen alle in einem Bett sein. Ich bin bei drei von vier. Ja, einer fehlt von euch. Ja, danke schön. Ich habe gefehlt. Wir haben das gescheuert und gemacht. Ich habe das vorhin schon gemacht. So. Aufstehen. Und äh. Ja, geil. Nichts essen. Wir haben ja nichts zu essen. Aber doch noch ein Vogel, warte. Ja, läuft ja. Vögel kann man essen, seit wann? Scheiße, wo ist der Schmickrittenkopf? Wir haben hier keine Lurchen. Den Kopf kann man noch essen. Ich habe noch genug Schokoriegel dabei. Wo ist der Schmickrittenkopf? Verdammt. Hier ruhe es vielleicht. Warte mal. Ausrüsten und draufpacken. Alter, was ist hier alles zum Bauen? Ja, moin. Schlesst die auf. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Wir wollen wir nachkauern. Was ist jetzt passiert? Was ist denn sowas, alter? Alter, ich. Wer brennt denn von euch? Weiß ich, Kevin sagt, ich brenne und du fragst, wer brennt denn von euch? Und warum habt ihr denn das Ding wieder abgebaut? Ich finde, ich hatte so schönes Steak draufgepackt, Leute. Wer hat das von euch aufgehangen? Hat jemand Steht, das ist aufgestellt und nicht aufgehangen. Wer hat das von euch aufgestellt? Was soll das sein? Sandkasten? Ja, das ist ein Sandkasten. Das ist ein Sandkasten, Spezial. Ah. Oh, nö. Das ist ein Gegner. Ja, sag mal hallo. Mach mal nach der Telefonnummer. Nach der Auskunft. Was ist der Auskunft? Oh, mein Gott. Schelzi und Dings sind in Verlängerung. Einfach mal mitten in der Aufnahme. Kommt Frankfurt. Bekannt. Ja, was? Wie kann man das? Da steht es einfach 1,1 und ohne Skier und 104. Minute. Aber ich habe Stöcke, ich baue das Lager wieder auf. Keine Säule. Welches Lager? Welches habt ihr denn Schwer abgebaut? Nein, Stöcke. Stöcke. Oh, Stöcke. Nur bei mir ist ein Vieh, Hilfe. Das kommt ein Vieh, auch zur Scheiße. Dann sollten wir schnell ausschalten. Der Typ ist Oberboss. Das ist ein Boss, der Bosse. Der Bosse ist echt brutal. Der volle Huren sonnendlich. Au, 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 ey, 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 ey. Au, ja. Sag mal, wie will ich denn hier aus? Bist du irgendwie hier? Der Oberboss ist das. Ich habe du jetzt. Hat sie ausgebost. Was sagt sie? Könnt ihr mich mal aufheben? Na, ab auf dem Stil. Du wirst schon mal aufs Zweier, Junge. Dann hebt mich nicht auf. Bin doch schon da, du kleine... Volligüse. Gibt's dir gut? Nein, das kann man nicht machen, leider. Ja, leider, leider. Nee, ich bin halbtot. So, gibt's letzte. Ey, was macht ihr hier? Ey, ey, ey. Ja, läuft bei euch. Läuft ja richtig. Jetzt packt man dein Feuerzeug weg. Wie packe ich denn das weg? Ach so. Oh, den Kopf kann man auch grillen. Nice. Tick mal den Kopf jetzt feuer. Wie mache ich das jetzt hier an? Lecker Kopf, Alter. So. Ja, da. Ja, ich hab da mal ein paar Stücke reingelegt. Oh. Wir brauchen echt Kaninchen und sowas. Oder wenn jemand baut sich ein Speer und versucht. Findet Tim, die Bau ein Lager. Findet den vermissen. Findet die vermissen. Flugzeugkosativen. Ja, nee. Das ist doch nur zu do's. Ja, wir können halt den anderen Teil von dem Flugzeugner finden, ne? Oder ja, aber... Aber ich geh mal ein bisschen Erkundung gerade. Ja, ich hab nicht gesagt, dass mich jemand jagt. Das war jemand anders. Nicht ich. Spätestens wenn die Muschiklaus kommt, dann bin ich weg. So, lass' mir mal gucken. Hasenkäfig. Konsumieren. Die wichtigsten Sachen haben wir halt nicht. Hasen, dafür müssen wir einen Hasen fangen. Ja, aber dann haben wir schon mal einen Käfig. Ja, dafür... ...den Hasen fangen, ne? Ist so ne Sache. Macht mal, äh, einen zweiten Regenfänger fertig. Ich hab hier ne Schildkröte. Regenfänger, ne? Ja, warte mal kurz, mach ich. Regenfänger oder Wassersammler? Wassersammler. Ja, was jetzt? Ja, Wasserfang, älte Sammler. Verteidigungsdornen. Die ist sogar ne zweite Schildkröte. Mach gleich mal noch einwürdig. Wo ist denn ne Schildkröte? Na, Hasenfalle haben wir die schon? Ne. Wo laufen wir mit viel Hasen rum, mach doch mal. Na, jemand muss mich über zu mir kommen. Ich kann nur einen, einen Schulter tragen. Kannst du was tragen? Alter, ey. Ich kann nur einen Schulter... ...dings tragen. Ich hab ein paar so auf, Baum fällt. Ich kann nur einen Panzer tragen. Also, das ist ne Schildkröte. Ne, Schildkröte ist tot. Mensch, Niklas ist doch eh immer schwach. Weißt du doch, der ist doch schwach auf dem Rippen. Ja, versuch du mal zwei zu tragen, du Rippi. Oh, das ist Seestand. Kann man das Seestand auch kriegen? Warte mal. Der erste gegen die Mixe. Du Rippenmeister. Wieso trägst du die Dinger jetzt eigentlich einzeln? Was machst du da? Ist mir egal. Oh, Junge. Ja, also. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Egal. Oh, ey. Ich würd gern mal wissen, wie das jetzt hier mit dem Beet funktionieren wird. Das hier soll ein Beet sein. Was soll ein Beet sein? Irgendwie, das hier. Irgendwie können wir hier was anbauen, aber ich hab keinen Plan, wie das geht. Ja. Dann brauchst du erstmal Bären dafür. Waffenhandel. Was habt ihr denn da hinten gebaut? Wer hat was gebaut? Ist mir egal. Ist mir diese Fallen. Ich hab nix gebaut. Das ist ne Hasenfalle, mein Junge. Ach, ne Hasenfalle. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne baumfeld also ein Sprengstofflager, mega geil ich glaube ich habe jetzt genug könnte möglich sein ich hab doch hier und da jetzt ein scheiß stoppen wir haben ja was an der nähe das ist gar nicht mal so schlecht also doch dieser Lagerplatz ist gar nicht so schlecht hier du hast rum geheult nein ich habe mal hier mit dem fleischaufgang das ding ist ja wenn wir hier wirklich bleiben sollten jetzt müssen wir ja da bleiben ja ich meine nur und wir ja wie ihr gesagt habt dann brauchen wir sehr viel holz weil wir können dann da links rum und darum eine mauer ziehen ja genau ich habe hier noch ein ding aber dann müssen wir gucken ob wir liegen wieso ein tor haben machen können ich kümmere mich warum soll es doch ja dann kannst von mir auch ein zweitendings machen so ein zweites zum zweiten gefühl sammler wir wollen ein zweites was so eine karre haben noch eine karre ja wie finde ich das schade dass wir noch die dings nachreden was kannst du rein da noch was da was an und da passt auch nur noch eins drin ja bei dem die am besten ist heute schon nachwachsen nein ich meine dass die dass die dings nachbauen die die käfig naja schon dass die koffer nachbauen das bin ich irgendwie ja baute unrealistisch aber nehmen am besten die baumschirme und war dahinten das auf dem wasser zu ende also ich glaube oder was was habt ihr jetzt vor was ist euer plan also ich glaube jeder macht irgendwie was ich sammel holz und noch auch mit sammel holz oder soll ich was anderes machen ich mache auch mit sammel holz deutsch für was was soll dann bauen dass das floß weiter oder was ja da liegt noch guck mal in dem lager hinter unserer hütte liegen auch schon welche ja ich sehe es gerade wenn wir am besten bleiben ja ich habe auch alkohol einer jetzt kann ich saufen oder besten ist es wenn wir uns noch einen zweiten wagen alkohol jawoller erstmal gesoffen aber passiert nichts ich habe mal so eine markierung für den zaun schon mal gemein irgendwo müssen wir ja auch hoch kommt noch das problem ist die können auch wenn du ganz runter kannst auch die türen und ganz auch glaube ich türen reinsetzen oder ohne kauf gibt es sollte mal was trinken naja ich habe auch bloß aber cool es regnet gerade so gut so irgendwo soll es ein tor geben warum fällt war nicht auf mich oder ein weit von dir entfernt es ist noch ein bisschen herr war das bade schon mal ein paar stöcke rein und da passen sogar noch euch jolo ja das wollte ich auch gerade ausprobieren ich glaube das kannst du nicht kaputt machen ich glaube das ist so deko gedünst wir müssen nur ja gucken ob die nicht von der römische grüte die ich habe nichts gemacht ich habe nichts gemacht man kann jetzt dringend aus diesen gefässern zwei sind fertig einer doch hier noch stöcker meine bild ist auch schon fast wieder werde ich quasi jetzt habe ich mich mit schlamm vorgeschmissen wer war das alter alter also fast schon wieder näher dran als ich wollte schon wieder mit dem karren los das war ich habe es noch fallen sehen das war hey weißt du was denn dann leck mich du kurz hier ja so noch was liegt auch noch ey wenn ihr gegen die bäume springen fliegen sie auch in diese Richtung hoch hoch ihr könnt es auch wenn ihr drauf springt lenken weiße das sagt der klug scheiße er und hier irgendwo rum und macht nichts ja klar deswegen habe ich zwei bäume auf dem arm deswegen habe ich auch mich eigentlich darum gekümmert dass wir trinken haben aber egal was soll das denn für einen scheiß auf mir werden hatte noch jemanden seil was willst du denn mit ein seil werbesitzender seile ein seil muss hier noch ran also haben wir seine besessen ich habe schon ich habe schon drei jahre oder zwei habe ich da schon reingemacht also jetzt will nur seile ach so ja 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 wie kann man denn seile herstellen seile kann man nicht herstellen seile findet man nur in lagern von denen ach so in dem lager von denen mhm mhm oder in kisten aber noch nicht ich hätte mal du hast ich hätte ich jetzt mal du hast sie sogar in äh in hier kisten gefunden dass er noch wohnen lager war von denen in der richtigen ach so wenn du glaube ich diese statuen kacke von den kaputt machen in der zeit und zum richtigen lager ich habe gerade zwei bäume aufgesammelt wo ist wie dunkel das dritte lager das dritte regenfinger ist fertig ja braucht eigentlich noch einen vierten und dann haben wir trinken auch schon mal abgesehen also wenn es regnet sonst wollen wir einen topf und topf finden wir auch nur in lagern vielleicht sollte man es mal im nächsten part irgendwie auf die suche machen dann gehen wir mal schlumpfine besuchen hallo wäre ja rollo rollo was hallo wäre ja stöckchen stöckchen holen was hallo fast wir waren dann noch irgendwo baumstämme das macht jetzt noch eine da ist auch noch eine guck mal so was ist denn los da hat noch jemand acht steine ja warte mal ich geh grad stöckchen holen es wird schon dunkel verdammte scheiße aber hier sind auch noch nicht gleich vielleicht schlafen oder was wer von euch hier bei einer aufgaben ihr seid ja wo wir es ein steinfeld noch naja mach den kümmern los nicht an das ist eine das ist ein feuerdings aber wie geht der an ich geh was dann der linie und kommt doch ach nur das dass sie ist halt ein futterding warte mal ein futterding ja das ist ein futterding da feuerstelle 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 aber wie geht die an ach dies für das hause eine wofür braucht ihr denn seil ich habe es auch glaube ich warte mal hier ist das los ich sehe noch ein hausboot bitteschön hey am boot war doch das ist ein hausboot ich habe doch keins mehr aber ich hatte welche doch mal schlafen schlafen erstmal ach bitte keiner pupst bitte unständige sachen sollen nicht passieren heute 1 lieben 1 lieben 120 minute es ist elf meter schießen oder nicht ja jetzt gleich holy shit komm eintracht bitte ich bin einer deutschen mannschaft leider ein finale mindestens jetzt müssen wir einfach wieder full 1 hier sagt jo ich mache ich schon mal ein komplett englisches finale bitte und mit dem schwarzen leute ich kann ich arbeiten ich habe dann irgendwas hochgespielen sollen ich habe noch ja man die hier noch wir haben gleich einen armen hier ja ich lege das bein noch mit drauf lecker ja hau drauf ja hier was jeder sein essen ja ja ich habe das aussehen ich habe noch mal dein feuerzeug aus jetzt ich esse einfach mal voll 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 passen alter habe feuer habe nicht jemand hier ist eins fertig kann er essen muss er drauf ich glaube die feuerstelle ist für die renne hier war aber was kann man damit ich habe ich weiß nicht trophäen ich glaube trophäen damit sind und hier ist noch eine schild bitte die kommt nicht weiter weil da ich will mal deine basis woanders hier guck mal die kommt nicht weiter und der hier rum schild hey aber auch hier hier zu quälen du du quäler du wie geht das denn jetzt hier an das feuer das ist das würde mich gerne mal interessieren also ich habe jetzt noch ein schild wird was wollen wir mit dem machen hier noch so eine haare arm ist fertig was jemand brauchen warte mal hatte ich hier nicht kleine steine das das sind batterien was ist das hier platt baumharz hat mich irgendwie eine rüstung an ne 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 was können wir denn noch ich müsste aber rüstung haben ich habe gerade rüstungen ich mache mal ein stein ich mache mal ein stein ich mache mal ein stein na ich mache mal noch ein stein lager auf du kannst die ja auch ja alle wie sieht es jetzt aus ja jetzt habe ich rüstung ich habe mal ein stein machen wie denn hallo wie kann man seile machen gucke mal du gehst in dein inventar und dann kannst du die ganzen sachen nochmal selber anklicken und dann kannst du irgendwas noch bauen ja aber du kannst keine seite herstellen doch durch die stoffe sieben steffe ja ja siehst du und ich habe jetzt noch eine fackel hier dann kann man doch fackel hier meine kohle ich habe hier noch einen erlegt das bringen wir das fleisch mit noch einmal wer ist denn wieder hier reingesprungen was du brennst warum brenne ich ich habe nichts gemacht es gibt ja immer ein video es gibt immer gute bewiesenweise das ist immer das feine doch so stoff kombiniert mit was hast du hier in stock jetzt habe ich eine fackel habe ich jetzt nicht anzünden können fackel ja wo habt ihr denn stoff hier ja zurück hin schaß ich weiß der sind immer unter mir her da habe ich stoff guck mal wo er hingegangen ist guck mal wo er da oben hingegangen ist damit wir ihn ja nicht sterben den hast du dir voll in das Arschloch gesteckt warte mal dann kann man bestimmt auch so eine so eine so eine gartendings hier machen oder damit wird das irgendwie ja komm mal her ich hab feiern bogen ja ja bleib mal weg wir können jetzt steine rein weil das ist mein hasen wo ist denn mit johnny wieder hin was habe ich ihn jetzt hier gemacht das soll die mauer werden wir haben doch gesagt wir wollen uns umzäunen ja du merkst schon bis jetzt bist du der meister der hier sind holz sammeln machen wir gegner oder so wo sehe ich denn wo sich denn wie ich was einsetzen kann dass ich das bauen kann was das den bogen wieder kommen gegner wir sollten uns nur um die erstmal kümmern die läuft ja richtig seit ihr untervögelt oder was ist los mit euch ja die sind krönisch und dafür ich mach mal eine fackel an jetzt soll da dran kannst du am besten abfackeln ich bin schon woher kugeln ich hab ihm zahn aufgeschlagen sorry bro aber der eine hinterritte rauskommt soll das kollege ich geh jetzt Knochen sind echt wichtig, weil mit Knochen kannst du hier Rüstung machen und alles mögliche. Ja, da waren aber keine Knochen. Deswegen würde ich auch ein Knochenlager vorschlagen, um noch zu bauen. Ja, dann baue mal eins. Ja. Okay, die Eintracht. John! Ich sehe, dass du mich schlägst und ich werde hier gleich noch einen Fall in den Bogen reinhauen. Ich habe gar nichts in der Hand, Allah. Das hat Judas vorher auch immer gesagt, der Judas war ein Verräter. Ja, du solltest mal artig sein, da kann ich euch auch sagen, wie ich einen Bogen gemacht habe. Ja. Wo, wo sich denn die Liste, was man da hat? Es gibt keine Liste, das ist es ja. Ach du Scheiße. Experimentierfreudig musst du sein. Wenn ich jetzt aus dem Spiel rausgehe, ist das dann gespeichert? Du solltest vielleicht nochmal speichern. Ich gehe lieber nochmal ins Haus. Aber wenn wir damit zusammenzocken, dann sind wir dann so weit wie hier. Wer hat das Schlagerfeuer schon wieder kaputt gemacht? Sollte eigentlich. So, ne? Wow, wie viele Knochen sind da drin? Alles klar. Hier liegen voll viele Knochen rum. Ja, solltest du in den Dings reinpacken gleich. Und ich habe jetzt extra Lasein. Ich habe hier, da gemacht. Ach, hier kannst du gleich, wenn 21 Stöcker brauchen wir. Wir sind schon ein paar, wir sind schon ein Stück. Ich nehme mal den kurz mit, ich nehme mal das Ding kurz hier mit und dann... Ja, im Moment, wo ist das andere? Da muss ich nochmal auch das andere. Ihr habt schon zwei davon. Ja, das ist clever. Aber wo ist denn das andere? Wo ist denn unser Lackerfeuer? Dann hat das schon wieder kaputt gemacht. Ja, wer hat das wieder kaputt gemacht, ne? Warum ich nicht? Da laufen wir hier rum. Da laufen wir hier rum. Die Elfer laufen. Die Elfer laufen. Die Elfer laufen. Oh, Chelsea hat verschossen. Was? Der 2 zu 1, Chelsea hat einen verschossen gerade. Geil. Oh, ist das wichtig gerade. Sorry, ich muss jetzt gerade selbst gucken. So, Leute, wir hören uns morgen. Jo. Ciao. 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 Alter, eine fette Spinne. Jawollah. War es eine Spinne? So, Kevin ist auch abgehauen. Ich glaube, das ist auch für uns ein Zeichen jetzt gerade mal, für sie zu sagen. Ich hoffe natürlich, dass euch der zweite Partner gefallen hat. Wir haben zwar nicht so viel Blödsinn gemacht, aber wir sind schon ganz gut voran. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Ja. Und dann sagen wir mal Tschüss. Tschüss.